in diesem video hue�h rôle vod hat die taxpayer gerad getunnen mit diesem pass drei leute OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH UEEEEEEEEEEEEEEEEE ALTAR Lass mich da W Und? Und? Ja, aber Leute, ich krampfe es nicht! Leute! Marcelo! Das klingt doch besser! Das klingt doch besser! KABUZKA! Was ist das für eine Scheiße hier? Leck mich doch am Arsch! Wie viel Glück kann der Pisser ab? Erstmal so verfickter Scheiße, Elfmeter! Das ist Destruction! Mann, Alter! Was ist das? 3,015 Minuten, ey! Mann! Und jetzt einen verdammten... Nein! 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 Workout! Ich glaube es nicht! Ich glaube es nicht! Das ist ein Workout! Portugal! Nein! Fotografen hast du... Leck mich doch am Arsch! Pipe! Oh mein Gott! Der nächste Workout! OHHHHH! OHHHHH! OHH MEIN GODDT! W sleep! Was ist das? Tea, Ganiel! Das ist der Ball! Oh mein Gott, Freunde! Marcelo! Marcelo, der ist der blaue! KABUZKA! Herzlich Willkommen zum Halloween-Special! Muhahahahaha Aber Halloween ist doch erst in 10 Tagen! Mich ist ja nicht auszuhalten. Halt die Fresse! Nummer 1 und ich Nummer 2 Reisepass, ich muss Kontrollen Auf Friedlepp T-Shirt, auf Friedlepp T-Shirt Auf Friedlepp T-Shirt He 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 Es gab damals so Zeiten, da hat man diesen Yaya Touri gezogen, aber egal GOLO, 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 GOLO F***, PYTEN, GIB OH, MEIN GOTT, ALTER DIN, KOMMIT, DIN, FUCKING CHETZU, CHETZU, PIKEN Harry Potter ist wieder da Mit seiner Narbe wird er uns heute geile Spieler herzaubern Muhaha Wieso ne Muri da hat? WAPEI IYAHO Ohh, Mann, Alter, diese Scheiße haha Mann, ey Leute, kennt ihr noch Martins Indy mit dem Chicken Wings Blick? Tischinnen, 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 Tischinnen und Tischinnen Fick mein Leben, fick mein Leben, was ne Kombi, Alter Meine Güte, also das war bisher einer meiner krassesten Kombis in FIFA 17 Ich schwöre es euch Auf Brille. Hehehehe. Ich sag nur. Was ist das denn für einer, Alter? Da kriegt man ja richtig Angst. Oha. Sieht ja aus wie ein Zombie aus The Walking Dead. Vielen Dank.